Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte mit euch heute meine Pillengeschichte teilen. Ich nehme oder ich habe die Pille genommen, ich greife hier schon mal vorweg, seit ich 15 bin. Ich hatte damals wirklich sehr, 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 sehr starke Periodenschmerzen. Wirklich sehr stark, also so im Sinne von, ich kann nicht in die Schule gehen, stark. Ich habe mich gekrümmt vor Krämpfen. Es war wirklich barbarisch. Und bin auch deswegen eigentlich dann mit 15, glaube ich, zum Frauenarzt das erste Mal gegangen. Und da wurde mir sofort die Pille verschrieben. Im Nachhinein, also es ist einfach, es wird als etwas völlig Normales angesehen, einem 15-jährigen Mädchen, was noch keinen Sex hat, was nicht die Ambition hat, Sex zu haben, was mit Periodenschmerzen kommt, die Pille zu verschreiben. Warum? Es ist ein Verhütungsmittel. Es ist nicht dafür da, meine Periodenschmerzen zu mindern. Aber es wird dir vom Arzt verschrieben. Und ich hatte immer, das hat sich jetzt so ein bisschen revidiert, seit ich ein bisschen älter geworden bin, wenn dir ein Arzt das verschreibt, dann ist das richtig und dann ist das in Ordnung und das ist dann auch völlig unbedenklich für deinen Körper. Also habe ich, seit ich 15 bin, die Pille genommen, aber nicht als Verhütungsmittel, sondern gegen meine Periodenschmerzen. Und dann habe ich natürlich die Pille auch so ein bisschen missbraucht und habe damit meine Periode mal ein bisschen geschoben und solche Geschichten und habe mich nie weiter damit beschäftigt. Also die Pille, die zu meinem Alltag dazugehört, die habe ich gefressen, seit ich 15 bin und eigentlich habe ich erst dann mir wieder Gedanken über Hormone und über Verhütung gemacht, als Svea zur Welt kam. Das heißt etwa, naja, über 10 Jahre später. Das kam dann dadurch, ich habe mich selber weiterentwickelt, man ist erwachsener geworden, man hat sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was schlucke ich denn da eigentlich täglich, was machen denn die Hormone mit mir und habe nach Alternativen gesucht. Da haben wir mit Manu mal ein Video gedreht, das verlinke ich euch mal hier oben, was man denn für Möglichkeiten hat, nach der Schwangerschaft wieder zu verhüten. Und das war für mich, das merkt man auch in einem Video, es gab so viele Möglichkeiten und keiner hat mich sofort angesprochen, das ist die. Und ich habe dann aber von so vielen Leuten auch gehört, dass sie so Antipille sind, also dass sie Pille abgesetzt haben, super, super zufrieden sind. Ich habe mal eine Aussage gehört, seit ich die Pille nehme, bin ich ein ganz anderer Mensch und da war ich noch so, ja komm, ist jetzt wieder so ein Trend, jeder setzt jetzt seine Pille ab, jeder ist gerade gegen die Pille. War schon so ein bisschen in und her gerissen, aber habe das eher so gesehen, ach, das ist jetzt so ein Trend, du musst nicht allen folgen. War da noch nicht so klar für mich Pro- oder Kontra-Pille. Und weil ich halt so von diesen ganzen Möglichkeiten verwirrt war, bin ich zu meiner Frauenärztin und sage, ich weiß nicht so richtig, wie ich jetzt nach der zweiten Schwangerschaft verhüten soll. Naja, Spirale oder Pille. Und Spirale war für mich immer so, A, habe ich von meiner Schwiegermutter halt gehört, dass die fast verblutet ist mit ihrer Spirale und B, ist das einfach ein Fremdkörper, den ich in mich einsetzen lasse. Also bin ich wieder aus Faulheit und Unwissenheit und weil ich keinen Bock hatte und einfach gerade auch nicht den Nerv dazu hatte, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wieder zur Pille zurückgegangen. Und dann habe ich aber, ich war der Meinung, Mensch, es wäre doch eine gute Idee, einfach so eine Minipille zu nehmen, die halt nur noch ein statt zwei Hormone hat. Fand ich wäre so, erst mal eine Zwischenlösung, einfach halt weniger Hormone. Uninformiert, wie ich halt war. Und das ist halt sowas, dass ich mich mit 15 nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Okay, aber spätestens dann so mit 16, 18, sollte man sich als Frau doch damit auseinandersetzen, mit seinem Körper, mit dem, was ich da so in mich hineinschütte, kam bei mir halt nie auf. Leider. Was dann mit dieser zweiten Pille passiert ist, da gibt es auch einen Vlog dazu, den kann ich auch nochmal oben verlinken. Meine Periode blieb aus. Und die blieb halt nicht nur einmal oder zweimal aus, die blieb halt ein Dreivierteljahr aus. Ich habe halt Dreivierteljahr wirklich gar nicht meine Periode bekommen. Meine Frauenärztin war halt immer so, das ist nicht gefährlich für den Körper, das ist völlig okay und seien sie doch froh. War ich ja im Grunde auch. Aber es ist was Natürliches, seine Periode zu bekommen. Es gehört zum Frausein dazu, seine Periode zu bekommen. Es ist nichts Ekliges, nichts Abstoßendes. Es gehört zu mir, zu mir als Frau. Und das ist ja auch ein Entgiftungsprozess. Und den hatte ich ja dann einfach nicht. Also es fühlte sich für mich schon irgendwie falsch an. Aber es überwog natürlich noch dieses, Mensch, ist ja ganz praktisch, seine Periode nicht zu haben. Bis ich dann aber zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich mich mehr mit meinem Frausein, mit meiner Weiblichkeit auseinandergesetzt habe und gesagt habe, nein, es ist nicht normal, es ist nicht natürlich, nicht mehr seine Periode zu bekommen. Und daraufhin habe ich dann auch ohne in Absprache mit meiner Frauenärztin die Pille halt einfach abgesetzt für mich. Weil es ist einfach so dieser Fakt, die werden dir immer die Pille aufschwatzen, weil sie ja daran verdienen. Aber das ist, ein Arzt hat für mich irgendwie, ich erwarte mehr von einem Arzt, als mir was zu verschreiben, weil er gut daran verdient. Und genau, dann habe ich, also es ist jetzt ungefähr vier Monate her, dass ich die Pille abgesetzt habe. Und möchte jetzt gerne mit euch so ein bisschen teilen, was das so mit mir gemacht hat. Und zwar, so esoterisch und komisch sich das anhört, aber viele, die auch die Pille abgesetzt haben, werden es mit mir teilen. Ich war mehr ich selbst. Ich hatte das Gefühl, es wurde so eine Decke von mir gezogen. Als wäre mit der Pille alles gedämpft gewesen. Sowohl meine natürlichen Gefühle, was Freude und Trauer anbelangt, war jetzt einfach wieder viel mehr da. Als auch meine sexuelle Lust. Ich hatte wieder viel mehr Lust. Ich habe diese Unlust auf ganz viele andere Faktoren geschrieben, aber nicht auf die Pille. Und es hat aber zeitlich so gut gepasst, dass ich für mich die Pille als Grund nehme, warum Unlust für mich ein Thema war. Und ich muss aber sagen, dass sich körperlich bei mir nicht so viel verändert hat, wie ich erwartet hätte. Also ich hätte erwartet, dass es was mit meiner Haut macht, dass es was mit meinem Übergewicht macht. Da hat sich das jetzt nicht ausgewirkt. Aber ich muss sagen, schon so dieses wirklich mehr wieder ich sein, mehr wieder fühlen können, war schon echt richtig erfüllend. Und ich habe für mich wieder ein ganz anderes Körpergefühl bekommen. Also für mich gehört die Periode dazu. Für mich ist es nichts abstoßendes, ekliges. Es ist ein Entgiftungsprozess meines Körpers. Ich bin froh, dass ich meine Periode wieder ganz normal habe. Ich hatte ja auch, während ich die Pille genommen habe, nicht diese normalen Schwankungen, was einfach mit einem normalen Zyklus einhergeht, weil ich ja einfach keinen Zyklus mehr hatte. Und es ist schön wieder zu sehen, so dieses, was ich schon mal erzählt habe, Leben im Einklang mit dem Zyklus, dieses Yin und Yang. Dass du halt am Anfang hast, dass du sehr kraftvoll bist, so in dieser männlichen Yang-Energie und viel schaffen willst. Und umso näher deine Periode kommt und wenn du dann auch deine Periode hast, bist du eher so in dich gezogen, kümmerst dich sehr stark um dich selbst. Es ist diese Yin-Energie, viel meditieren, viel auf der Couch sitzen, ein gutes Buch lesen. Und dem gebe ich jetzt auch so nach. Also ich lebe im Rhythmus, im Einklang mit meinem weiblichen Zyklus. Ich kenne meinen Zyklus, ich weiß, warum ich mich wann wie fühle und gebe dem absolut nach. Und es ist eine Erleichterung zu wissen, warum ich mich gerade so fühle, weil das einfach im Rhythmus meines Zykluses so ist. Und ihr habt mir, also ich habe bei Instagram gestern erzählt, dass ich dieses Video heute drehen möchte. Und ihr habt mir so ein paar Fragen zur Pille gestellt. Und die möchte ich jetzt natürlich gerne noch beantworten. Das muss ich mir jetzt eben mal raussuchen. Wie lange ich die Pille genommen habe, fragt Chrissy. Also genau, seit ich 15 bin, bis ich quasi 28 war. 13 Jahre, voll krass, voll schlecht. Und welche Nebenwirkungen ich feststellen konnte. Jetzt so im Nachgang, wie gesagt, so dieses, dass sie alles unterdrückt hat. Meine Gefühle, meine sexuelle Lust. Vor allen Dingen dann diese zweite Pille, diese Mini-Pille, die ich genommen habe. Die fand ich sogar noch schlimmer, als die Pille, die ich genommen habe, seit ich 15 war. Genau, hier fragt Kathi Singt, wie ging es deiner Psyche nach dem Absetzen der Pille? Ich muss sagen, es war schon erstmal so ein Schockerlebnis, weil ich dann wirklich, ich habe natürlich auch mehr geweint. Weil ich wieder diese klassischen PMS-Syndrome hatte, dass ich einfach gefühlvoller war. Ich kann mich aber auch viel mehr freuen. Ich kann viel mehr so diese Momente mit den Kindern auch genießen. Weil, also ich glaube, diese Beschreibung passt für mich ganz gut. Mit der Pille war wie eine Decke über mich gelegt. Und diese Decke habe ich mit der Pille abgenommen. Und ich war wieder völlig freier in so vielen Belangen. Also es ging mir jetzt nicht psychisch schlecht. Ich finde, das ist einfach was Normales, dass man auch mal traurig ist. Und das war eigentlich eher schön. So, dann weiß ich, hatte ich noch welche als private Nachrichten. Jetzt muss ich mal genau gucken, welche das waren. Das Thema hormonfreie Verhütung. Ist der Sex anders, beziehungsweise besser in einer langjährigen Beziehung, wenn man hormonfrei verhütet? Ich würde nicht, also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich sage ja, dadurch, dass ich mich jetzt hormonfrei ernähre, wollte ich gerade sagen, dass ich jetzt hormonfrei verhüte, hat dafür gesorgt, mich selbst als Frau besser spüren zu können. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Sex. Selbstverständlich hat es Auswirkungen auf den Sex. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, dass die Pille meiner Meinung nach meine Lust unterdrückt hat. Hat natürlich auch Auswirkungen auf Sex. Also ja, schon irgendwie. Ich möchte aber in diesem Video nicht sagen, bitte setzt alle eure Pille ab. Ich möchte auch nicht sagen, Pille pro Pille, contra. Ich bin so, ich finde die Pille ist ein leichtes Verhütungsmittel, ein gutes Verhütungsmittel. Es ist aber nicht mein Verhütungsmittel. Ich möchte euch aber noch ein Buch empfehlen, wenn ihr euch mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzen wollt und auch noch hin und her gerissen wollt. Und zwar ist es dieses hier. Freiheit von der Pille, eine Unabhängigkeitserklärung von Sabine Gray. Ist auch so, dieses Buch sagt auch nicht absolut pro Pille oder absolut contra Pille, sondern es informiert halt. Und das ist halt das Gute. Es informiert darüber, was macht die Pille, was enthält die Pille, wie ist das eigentlich so mit dem weiblichen Zyklus. Ich kann es ja auch mal vorstellen. Seit nun mal 50 Jahren gilt die Antibabypille in Deutschland als die sicherste Verhütungsmethode. Würde ich auch so unterschreiben. Und noch immer wird sie als Meilenstein für die Emanzipation und Unabhängigkeit der Frau gefeiert. Was aber passiert, wenn man diese Selbstverständlichkeiten in Frage stellt? Sabine Gray räumt auf mit dem Mythos von der Alternativlosigkeit der Pille, macht komplexe medizinische Zusammenhänge nachvollziehbar und wirft hochaktuelle Fragen zum selbstbestimmten Frauensein im 21. Jahrhundert. Sehr, 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 sehr spannend. Werde ich euch auf jeden Fall mal unten in der Infobox verlinken. Schreibt mir gerne, wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt oder auch schreibt mir in den Kommentaren, wie eure Pillengeschichte denn ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!